Wie kann alte Weisheit unser modernes Leben transformieren und was können wir von den vedischen Wissenschaften lernen? Finden wir es heute gemeinsam heraus, denn heute startet die dreitägige Konferenz des MS4P Trust in Vediens Institute Pro. Moderne Wissenschaft auf vedische Weisheit trifft. Wir sind hier direkt im pulsierenden Herz Indiens, der Stadt Hyderabad. Und wir haben großartige Neuigkeiten für euch. Denn wir nehmen euch mit auf diese einzigartige Konferenz mit einer Vielfalt an Themen von der Kraft der Mankeren bis hin zur Befensmedizin. Und wir haben die große Ehre, hier heute zu Wort kommen zu dürfen. Wir werden die Prinzipien der Holofraktal- und Sphärenharmonisierung vorstellen. Eine Technik, die nicht nur die Erkenntnisse von Wilhelm Reich und Nikola Tesla und Viktor Schauberger implementiert, sondern auch das uralte vedische Verständnis der Natur mit den neuesten wissenschaftlichen Methoden fahren. Und ihr könnt heute mit dabei sein. Stellt euch eine Wissenschaft vor, die fast so alt ist wie die Zivilisation selbst, aber modern genug, um unsere Zukunft zu gestalten. Genau das ist die Welt der integralen Umwelteidung. Und wenn du tiefer in diese Materie einsteigen möchtest, dann klicke jetzt einfach den Link in der Bio und erfahre, welche positiven Wirkungen natureigene Frequenzen auf den Menschen, den Körper und seinen Geist haben können. Übrigens sind die Minisphärenharmonieanlagen wieder verfügbar. Dies ist jetzt deine Chance, Teil einer globalen Bewegung zu sein, die die Umwelt harmonisiert und Natur und Menschheit wieder in Einklang bringt. Und wenn du jetzt denkst, diese Wissenschaft könnte noch mehr Menschen auf dieser Welt helfen, dann folge uns und teile dieses Video jetzt. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf euch.